Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde zu Drackensack. Ja, wir haben in der letzten Folge einen kleinen Abstecher zurück nach Fertum gemacht, um den Meistertrank abzuschließen. Dadurch sind wir noch eine Queste losgeworden. Wir können jetzt uns um die Goblins kümmern. Hm, hier bist du den Ausgang finden. Ich glaube, war wieder total quer und schimp. So, wir könnten jetzt eigentlich vielleicht dem Hauptmann Bescheid geben, dass wir das Goblin-Lager angreifen wollen. Wir können aber erst nochmal gucken, ob wir hier noch einmal Goblins spawnen lassen können für nochmal ein paar Steigerungspunkte. Können die Leutchen nämlich ganz gut gebrauchen. Also ja, sie braucht noch Punkte für das letzte Ausweichen. Gewandtheit hat sie ja mittlerweile genug. Sie hat einen von 14, sie nur von 11. Achso, ja stimmt, weil ich den Ausweichenwert noch nicht gesteigert habe. Wie gibt'n... Der gibt 6. Der gibt 4. Und sie hat ja auch einen Behinderung, für ich richtig weiß, ja. Deswegen hat sie 11 statt 12. So hätte sie 12. Aber gut, eine Behinderung ist verkraftbar. Mein Atem geht ruhig. Pfeile sind alle in Ordnung. Wir haben Bolzen, ja. Gott, wir sind gerüstet. Um uns noch einmal hier mit den Goblins anzulegen. Da sind sie auch schon. Also ja, sie respawnen nochmal. Bei meiner Axt. Ja! Ei. Der Nasenab. Mein Atem geht ruhig. Das bin ich. Hatte ich ihr nicht den anderen Skill beigebracht? Fällt mir gerade so ein? Ja. Dann tauschen wir den mal aus, weil der Scharfschütze ist besser als der gezielte Schuss. Für Alta! Ah, ihr macht mal die Bootschützen da weg. Na klar. Candidus. Aufgefasst. So, wir sind ein bisschen vergiftet. Das ist aber kein Problem. So, der Berserker ist auch tot. Jetzt wird eh nur noch der Schütze hier hinten. Der hält allerdings eh nicht viel aus. So. Ein Klaruporum, um das Waffengift loszuwerden. So, und da plündern wir nochmal. Mh. Den Oglin-Soot hatten wir weggepackt. Stimmt. Ah, Zunderschwamm. Beide. Noch mehr Zunderschwamm. Das sollten sie alle gewesen sein. Und das sollte jetzt auch reichen, was diese Komplätze hier angeht. Das ist auch so die einzige Stelle, die mir noch so einfällt, wo man Powergaming betreiben konnte in diesem Spiel. Außer im... Finsterforst. Also in den Blutbergen, wo ja ständig neue Räuber und Bären und Wölfe aufgetaucht sind. So, Hauptbahn von Talon. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Ja, wegen der Gomblerüberfläche, die Talon-Plank. Habt ihr Neuigkeiten? Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Ich konnte den Stadtrat umstimmen. Wahrhaftig, das sind in der Tat gute Neuigkeiten. Wir sollten uns so schnell wie möglich auf den Weg machen. Ihr werdet die Führung übernehmen. Seid ihr bereit oder wollt ihr euch nochmal ausrüsten, bevor wir aufbrechen? Ich bin bereit, lasst uns aufbrechen. Also gut, dann zeigt uns den Weg. Da seid ihr ja. Meine Männer haben schon ihre Stellungen eingenommen. Wir werden den nördlichen Zugang blockieren und ihr treibt sie von Süden in unsere Arme. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, über die ich mit euch sprechen wollte. Ist das alles, was ihr habt aufteilen können? Eine Handvoll Soldaten der Stadtwache sollen ausrechnen, um den Ogre und seine Gefolgschaft zu erledigen? Dieser Helfer hier behauptet euch zu kennen und will mit uns gegen den Ogre ins Feld ziehen. Normalerweise bin ich ja über jede Himmel dankbar, aber seine Anmaßungen könnten der Kampfmoral meiner Männer schaden. Ankoron will Vergeltung für den Mord an seiner Sippe üben. Ankoron, eure Rache geht dem Ogre, nicht den Menschen. Da habt ihr wohl recht. Es tut mir leid, dass ich euren Mut und eure Männer in Frage gestellt habe, Herr Hauptmann. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Entschuldigung angenommen, Ankoron. Lasst uns unsere Kräfte nicht in dummen Streitigkeiten verschwenden. Der wahre Feind wurde dort unten auf uns. Und da wäre ja alles besprochen zum Angriff. Quick Save bitte an dieser Stelle. Oh, Autosave an dieser Stelle, das ist sogar noch praktischer. Oh, und Feind gibt es hier auch noch. Und ja, wir müssen die Goblins mindestens anschauen. Damit wir Erfahrungspunkte aus ihnen rauskriegen. Oh ja, ganze Haufen. Eine Schamanin dazwischen, zwei Schamanen dazwischen. Okay, wir haben Nacktkämpfer an unseren Fernkämpfern. Und das ist dann nicht so schön. Unterwegs. Folgt mir. Attacke. Ja. Sturm über Wasser. Ja. Mein Atem geht ruhig. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Ich glaube, da hätten wir uns etwas zurückhalten müssen und sie lieber in die Stadtgarde reinblenden lassen müssen. Okay, noch mal von vorne. Ist ja halb so wild. Mein Atem geht ruhig. Ich versuch mein Bestes. Ich versuch mein Bestes. Ich versuch mein Bestes. Diesmal sieht es auf jeden Fall auch ein bisschen besser aus. Es ist nicht gut, dass ich schlafe. Aber ja, so hätte ich das gerade beim ersten Mal schon machen sollen. Okay, auch wenn die Schamanin gerade Vorgrip weggebrannt hat. Das bin ich. Das bin ich. Zerritus. Okay, wir sollten uns jetzt langsam um die Schamanen kümmern. Da kommen noch mehr Goblins. Da kommen noch mehr Goblins. Aber ich going Guys. Ah jaja... Okay. Zerritus... Für den brauchen wir kaum viel... Holminictus mehr Và ich könnte es auch Unten bew 당시 tahinein slash core Blatt los... Das war's für heute.